Wie viele von euch mitbekommen haben, gab es eine Flutkatastrophe in Deutschland, speziell in Nordrhein-Westfalen. Aber als wir dort gewesen sind, um den Leuten vor Ort zu helfen, hat die Situation, die ich dort erlebt habe, mich nachdenken lassen. Und mich berührt, um mich bewegt. Zu sehen, dass eine Katastrophe von Allah, subhanahu wa ta'ala, bestimmt wurde, die die Menschen hier in Deutschland, nicht in Syrien oder in Afrika, nein, hier in Deutschland, so sehr getroffen hat, dass Leute gestorben sind. Leute, viele Dinge verloren haben und einige sogar ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Zu sehen, dass die Leute runterkommen, Demut bekommen, obwohl wir hier in Deutschland sowas nicht kennen. Demut ist ein Fremdwort. Armut ist ein Fremdwort. Katastrophe ist ein Fremdwort. Alles ist gut, alles ist schön, alles läuft nach Plan. Zu sehen, dass die Menschen auf den Boden kommen, zu sehen, dass die Menschen sich einmal arm fühlen, war unbeschreiblich. Allaahu, 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 Allaahu. Allaahu, 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 All